Du möchtest dich selbstständig machen und hast noch Fragen hinsichtlich Rechtsformen, Steuern, Vertrieb, Marketing, Businessplan? Nun, dann bist du richtig heute hier zum Thema Existenzgründungsseminar Berlin. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung X-Grupp GmbH und wir richten jedes Jahr viele Seminare aus und ich selbst bin auch Dozent bei der IHK Berlin zum Thema Existenzgründung. Und diese Fragen, die dein Unternehmen beschäftigen, die werden wir auf dem Existenzgründungsseminar beantworten. Dein Vorteil ist, wenn du einen Steuerberater, einen Anwalt, einen Marketing-Spezialisten, Unternehmensberater einzeln aufsuchst, nun, da kostet jede Stunde zwischen 100 bis 200 Euro und du hast die große Chance, dort an drei Abenden von 17 bis 20 Uhr, 30 beispielsweise, deine Fragen genau an diese Experten zu stellen. Was sind jetzt die Inhalte, die dich dort erwarten, die dich konfrontieren, die deine Fragen beantworten? Nun, ich habe hier einmal aufgezählt, was die meisten Fragen und Antworten auf den Seminaren sind. Das erste ist erstmal Anmeldung und Zulassung. Viele wissen gar nicht, wenn sie eine Gastronomie eröffnen, dass beispielsweise dort eine Schankerlaubnis erforderlich ist. Und dass für die Schankerlaubnis wiederum erforderlich ist, vielleicht ein Gewerbezentralregisterauskunft, Führungszeugnis oder andere Themen. Wenn du einen Sicherheitsdienst aufmachst, dann brauchst du dort einen entsprechenden Kurs bei der IHK. Du brauchst 5000 Euro vielleicht noch auf dem Konto. Und wenn du einem anderen Handwerk nachgehst, brauchst du andere Zulassungsvoraussetzungen. Das wird geklärt. Dann haben wir natürlich das Thema Businessplan, Finanzplan. In der Regel ist, wenn du Fördermittel brauchst, wenn du einen Standort haben willst, dann will sowohl der Fördermittelgeber, die Bank und auch der Vermieter, die wollen von dir einen Businessplan sehen. Und dazu gehört ein Finanzplan. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann kommt das Thema Absicherung. Welche brauchst du? Welche solltest du haben? Wie sieht es aus mit deiner Krankenversicherung? Haben wir einen Spezialisten zum Thema Versicherung? Nun, und dann ist die Frage, Einzelunternehmen, UG, GmbH, Genossenschaft, Aktiengesellschaft, Stillegesellschaft, also Thema Rechtsform. Das wird hier auch noch ausgiebig erläutert. Ja, und dann ist sie da. Die Frage, wie viel bekommt der Staat? Thema Steuern. Wie sind die Buchhaltungspflichten? All das wird auch von einem professionellen Steuerberater dort erörtert. Ja, und schließlich steht und fällt das Unternehmen mit dir. Mit dir als Unternehmerperson, als Gründer, als Team. Und du hast viele Stärken, aber auch bestimmte Schwächen. Und hier gehen wir darauf rein, was die Unternehmerperson ausmacht. Ja, und dann ist sie da. Das Thema Marketingplanung, Marketingkonzeption, Vertriebsplanung. Wie kommst du an deine Kunden? Wie positionierst du dich? Welche Außenwirkungsmaterialien machen Sinn? Online, Offline? Und da haben wir Spezialisten zum Thema Marketing und Vertrieb. Ich freue mich, dich auf unserem Existenzgründungsseminar kennenzulernen. Du kannst dich hier auf unserer Seite anmelden und über unseren Gutschein gibt es sogar einen Rabatt. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklungen zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.